und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Atelier Reiser wir sind ja immer noch mitten in dieser challenge mal zurück auf die main das ist dunkel ja gut in den spiel interessiert es eh keine so ob es dunkel ist oder hell ich meine das eine mal bin ich tagsüber heimgekommen und die Mutter schreibt mich ja nie durch spät denkst du dann auch ja Muri du mich auch dafür interessiert es aber die restliche Zeit scheiß dass ich keine Ahnung zwei Tage nicht mehr zuhause war oder drei wer hat eigentlich diese ganze Stargates gebaut jetzt hab ich Bock Stargates zu schauen verdammt so jetzt müssen wir die road for monster klären warte mal hey das ist doch na verdammt wir hätten da gleich hingehen können bis hierhin sind wir schon mal gelaufen ich glaube die begegnen am Ende irgendwelchen Viechern und wir machen die dann platt oh ja davon sind ein Haufen Drachen ja aber was soll ich denn platt was ist da hinten warte kann ich da hochfliegen das sieht interessant aus das ist unfair das ist nervig ja kann ich jetzt einfach durchlaufen oder muss ich die ganze Monster platt machen wir gehen jetzt mal die Monster schlachten komm herr komm her du Drache du oh ja warte mal äh ich weg dich ab bitte na es sollte mir ein Bieter zu werden ja genau hau rein man wobei er die Attacke eigentlich den Drachen wirklich stören durfte ich meine er fliegt über Luft HAHAHAHA blöd gelaufen mal Sehr gut, natürlich mal als nächstes. Ok, der sieht definitiv mehr aus. Das war's. Rizer, ich hab's gebeten. Rizer, ich hab's gebeten. Ich hab's gebeten. Ich hab's gebeten. Jetzt, ich hab's gebeten. Alter. Ich hab's gebeten. Wobei ich mir immer denke, ne? Ich mein, das ist... Ich hab seinen Namen vergessen. Das ist blöd, wenn man so viele Spiele spielt. Ja, das ist grüne. Oh, oh. Gut, dass du so langsam wirst. Voll ins Gesicht. Taktik hoch. Boah, das Ding hat mehr. C4 Feather. Ah, verdammt falscher Angriff. Wie ziehe ich mehr ab? Wie kann das sein? Ich glaub, wir müssten ein eigenes. Neues. Neuer Taktik beibringer. Cool action. Sonnenstar. Ob alle drauf, Mann. Was soll das Eisenherrder das gemacht? Ich hab den besiegt. Ich hab den besiegt. Wir sollten eh, äh... Wie konnte ich den immer wechseln? Verdammt! Das Dreieck? Nein. Ah so. Das Dreieck. Das ist ein Mistkerl. Hör auf wegzufüllen. Ey, das ist nur einer. Das ist hier voll rein. Hau mal drauf, Taro. Ey, Taro. Taro, ja. Ah, Lämpchen. Aber ist doch wichtig. Ich finde das Kampfsystem an sich eigentlich nicht schlecht. Wobei ich mir manchmal... Manchmal denke, naja, die selber zu steuern wäre dann schon... Vielleicht besser? 7 Stars. Ach so, das sind Käfer. Ja. Ich bin so bad at gathering beetles. Ich crush them. Energy pendant. Wau mal. Das ist das Kameral Equipment. Ja, sehr gut. Ja, wir haben... Daro haben wir drauf machen. Ich muss mal Attacke machen. Okay, noch Lange dabei sein. Ich denke mal ja, es wäre noch gut, wenn man noch... durch die eigenen Spezialattacken das auch schneller hochbringen könnte. Ihr wisst schon, wenn ich jetzt diese Attacke nehme, was er jetzt als erstes bekommen hat. Wo sie 5, 6 mal zuhaut, dass ich dann halt auch 5, 6 AP bekomme oder so. Was ist denn da hinten eigentlich? Warum geht es da hinten auch weiter? Oh, das geht da oben rum. Oh ja da. Aber wir drandalieren ja hier ein bisschen. Ne. Ah, verdammt. Ja, das... das war... War du. Ja, Enemy Kill Bonus, AP plus 5. Shining Star ist jetzt natürlich eine viel... äh... Folge. Hau mal einer zu. Okay. Hä? Werzer. Ja, wobei, jetzt kann ich's auch so einsetzen. Was natürlich jetzt vollgebracht hat. Man müsste die AP auch ein bisschen in das andere Gebiet mitnehmen können, finde ich. Ja, ist immer gut mit einer Axt auf. Auf, auf, auf Stein zu hauen. Damit sie schon die Stücke hat. So, ja. Das ist ja. Das ist ja gar nicht so. Das ist ja gar nicht so. Das ist ja gar nicht so. Aber... Was? Ja... Jetzt gehen sie ab. Jetzt gehen sie ab. Ja, jetzt gehen sie ab. Man, die Jungs. es ist eigentlich wurscht am ende was ich einsetzt die apse das ist gut das level ding das ist ein großer dazwischen das ist ein großer ne es reicht eigentlich über die kleinen nehmen nein verdammt haben wir jetzt noch sechs stück mal konvert sehr gut weil zauber den großen drachen das wird unser ziel bombe oh ja der haufen energie das könnte mal der kinder uns nur die reißen also jetzt blöcke ich kann das gerade machen wir haben dann wieder was macht er jetzt oh gott er macht eine attacke wir müssen sein ding brechen nein erhaut hä was ist das jetzt machen die als kombination ne es geht das bleiben wir haben es gebrochen gott seite alter wir kriegen dann weg wir kriegen dann weg haupt drauf man ja los geht's ah yes man kombinationsange level up der muss reichen was bekommen wir da wow border scale was kriegt er land wir kommen aber auch nicht weiter ich habe keine ahnung was der ist aber dann wieder da wechsel doch ach verdammt jetzt hab ich schon mal weh dass ich verschiedene spiele spielt das große problem ist halt dass die alle gleich lang dauern oder teilweise ähnlich lang gehen das heißt du kannst einfach eins mal durchbruschen und dann passt die sache sondern ich weiß es könnte natürlich sagen warum spielst du denn so viel ich habe keine ahnung weil ich sie alle spielen will wir haben ja gespeichert ich habe keine ahnung was abgeht ich habe eine ahnung aber dann schauen wir mal nochmal nach bowser's waiting on angels on the mainland bowser's waiting on angels on the mainland bowser's waiting on the same cms reach apart bowser's and nash cms simply enough but here's a boss bowser's working around the way und da fällt mir gerade einig ich muss mir mein google übersetzer ding wieder anmachen das hab ich komplett vergessen weil das ding ist bei ai sassomnium file wird es natürlich etzat ruhig bei Folge 34 oder so aufgenommen hat keinen Sinn mehr machen, wenn ich jetzt da anfange alles zu übersetzen. Okay. Oh, grad so. Das ist bloß die Frage, muss ich die besiegen, weil die so abliegen? Aber habt ihr gesehen, wir waren bei... Bei Taktik Level 4 war mir sogar schon. Da hat's dann sogar eine Explosion gemacht am Ende. Oh, der Länder hat bloß nur 8. Holy shit. Equip. Ne, wie konnte ich das nochmal benutzen? Na, weil dann müssen wir dann so... Ah, okay. Wir können das gar nicht überstrapazieren. Uuuh. Ach, shit. Muss man natürlich jetzt erst mal unser Level hochbringen. Der darf grundsätzlich immer zweimal angreifen. Geh, da. Immer schön. drücken, 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 drücken. Oh, die haben noch ihre eigenen Attacken. Ah, okay. Blood first und extra 3. Sollte ich vielleicht mal überlegen, dass ich die da noch eher einsetze. Dann nehmen wir unterwegs auch noch die Dinger mit. Weil gerade die Steine und so sind immer echt gut. Wir müssen hier vielleicht bei Gelegenheit vielleicht sowieso nochmal durchwischen. Äh, durchlaufen. Durchwischen. Wie komme ich jetzt auf Wischen? Durchsammeln vielleicht auch eher. Ne, das ist ein großer, ne? Der ist doch größer. Ne, ist ein normaler. Ey, blass dich hier nicht so auf, ja? Da war mir die Hülle lieber. Ja, was denn jetzt? Die eine will, dass ich die Teams einsetze. Die eine will, dass ich magisch schaden habe. Päusen? Aber ausgab, weg, Mann. Und auf 16. Das ist doch geil, Mann. Da steht mal, dass wir so richtig mal Level abkommen. Ich hoffe mal, wir besiegen den Boss so oder so. Wir sollen da hoch, ne? Ich kann es nicht glauben, dass ihr uns schon eingeholt habt. Seid ihr den ganzen Weg gerannt oder sowas? Ach, eigentlich haben wir uns Zeit gelassen. Aber was sagt das über dich daraus? Ach, du nennst uns langsam? Sogar Agatha hat gesagt, dass das Schnelligkeit nicht alles ist. Du wirst mich nicht besiegen. Haha, er scheint aus, als fängt er an, Panik zu bekommen. Aber wenn nichts anderes wäre, oder wenn nichts anderes ist, das würde das... Das macht das alleine schon wert. Was sagst du denn? Wenn wir nicht für Claudia gewinnen, dann war das alles sinnlos. Lass uns das hinter uns bringen. Nun, wo ist diese Wano? Oh, hier, da sind wir. Das dritte sagt, wenn there are bounds, bound thousands must avoid the path less traveled. Path less traveled, Entschuldigung. Pass less traveled. Weg weniger zurückgelegt. Avoid. Irgendwann. Avoid. So. Verweiden Sie den Weg, den weniger befahrenen Weg. Okay. Das ist ein Warabie-Uta. Nurserie? Oh, das ist verrückt. Es war sicher, dass der Nisch der Dach, und es war ein Dach, aber es war ein Dach, das Drachenschloss im Osten. Der東-Schloss ist also ein Rühmterboden. Das ist der größte Land der Klinz-Holk-Klind-Holk-Klind, oder? Ich bin aber nicht gesehen, aber Ampel ist ein Rühmter. Sie sind noch nicht die Rühmter. Ich glaube, es ist egal, dass du in der Kirche zu sehen kannst. Der Schmerz ist ein ganzes Geheimnis. Lent, den du besuchen möchtest, ist sogar noch weiter dahinter. Ah, wir sind noch nicht stark genug, um das Devilsfield zu erkunden, geschweige denn in Tone. Ich habe den Weg nicht verloren, aber ich weiß, wir haben doch die Nachricht. Tau ist besser, um zu gehen, um zu gehen. Ah, was ist das jetzt? In einer Explosion? Lass uns nachschauen. Warte, das ist zu gefährlich, wir wissen doch nicht, was das ist. Wir haben jetzt keine Zeit zum zögern, was ist, wenn etwas mit Bossgruppe ist? Okay, okay. Ich denke, wir müssen dafür beten, dass nichts passiert ist. Ähm... Setzlos. Holy shit! Was ist das, Arya? Was zum Teufel ist das? Boss, Lamba! Diese... ...Yokuma! Boss, Lamba, was habt ihr getan? Oh... Oh nein, ist das ein Drache? Ein wirklich realer Drache? Wir müssen ihm helfen! Wir müssen ihm helfen! Wie zur Hölle sollen wir das machen? Jetzt ist es jetzt schon zu spät. Oh shit! Es hat uns gesehen, es kommt hier, es kommt auf die Kieren lang. Wir müssen es bekämpfen. Nein, wir müssen wegrennen, aber wir müssen ihnen helfen. Aber wir müssen wegrennen. Was sollen wir denn tun? Das ist ein verdammter Drache, da kannst du doch wegrennen. Wie setzt wir da? T... ...toskata? Hat es sich entschieden, uns zu verschonen? Dort ist... ...Kojoo... ...dann der Wara-Beyta... 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 Es ist Richtung Schloss geflogen. Genauso wie das der Kinder-Reim sagt. Also liebt er es wirklich dort. Es ist doch jetzt egal, wir müssen schauen, dass wir Boss helfen. Oh, oh! Wir leben, oder? Richtig, ihr Idioten seid ja noch am Leben. W-w-wartet auf mich, ich kann meine Beine nicht bewegen. W-wartet auf mich, ich kann meine Beine nicht bewegen. Wir müssen uns beeilen, wir müssen Boss und die anderen zu Agatha bringen, bevor der Drache zurückkommt. W-w-wartet auf mich. W-w-wartet auf mich. W-wartet auf mich, ich kann meinen mundialenाLa-Beyta-Beyta die nur noch zu viel bilden. Aber ... Fetzlos seidott! Pissig... ... machen. Aber ich will ehrlich sein, ich habe schon gegen den kleinen Drachen ein Problem gehabt, weil der so viel ausgehalten hat und der hat mir richtig den Arsch versohlen. Aber ich weiß auch, wenn es gemein ist, an der Stelle muss man dann leider die Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Atelier Riser. Macht's gut und Servus.